Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 18. August. Wieder Ärger um den Weinstand am Mainzer Fischtorplatz. Die HOGA schlägt Alarm wegen geplanter Mehrwertsteuererhöhung und schwere Unwetterschäden am Frankfurter Flughafen. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Am Mainzer Fischtor gibt es erneut Ärger wegen des Weinstands der Mainzer Winzer, die hier samstags und sonntags ausschenken. Anwohner beschweren sich über den hohen Lärmpegel und machen Oberbürgermeister Nino Hasse dafür verantwortlich. Dieser habe im Alleingang entschieden, den Stand wieder ans Fischtor zu holen. Und das angeblich entgegen der Zusage von Wirtschafts- und Ordnungsdezernentin Manuela Matz. Geht es nach Ludwig Julius, Sprecher der Gegner des Weinstands, soll der Ausschank wieder hinter das Hilton Hotel zurückverlagert werden. Hase, als Anwohner regelmäßig am Fischtor zugegen, kann die Kritik der Initiative nur sehr schwer nachvollziehen. Er erhalte vor allem positive Rückmeldungen zum Fischtor-Ausschank. Einen erhöhten Handlungsbedarf sehe er nicht. Nichtsdestotrotz wolle er mit den entsprechenden Ämtern alle Beschwerdepunkte prüfen. Die Winzer hatten den Anwohnern angeboten, auf eigene Kosten ein neues Gutachten anfertigen zu lassen. Das wurde aber abgelehnt. Die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer für Speisen ab 2024 von 7% auf 19% bedroht die Zukunft zahlreicher Restaurants und Kneipen. Laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, die HOGA, droht zeitnah bis zu 12.000 Gastronomiebetrieben bundesweit das Ende. Und wer nicht schließen muss, der wird seine Preise für Speisen vermutlich stark erhöhen. Mögliche Folgen, Umsatzverluste und Stellenabbau Der rheinland-pfälzische DEHOGA-Präsident Gereon Haumann fordert daher die rheinland-pfälzische Landesregierung zum Handeln auf. Die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland, Manuela Schwesig und Anke Rehlinger, beide SPD, hatten sich bereits gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ausgesprochen. Auch im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium zeigt man sich offen gegenüber einer unbefristet niedrigen Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Die Entscheidung liegt allerdings auf Bundesebene. Der Verein Unser Mainz in Rheinhessen hat bemerkenswerte Vorschläge, wie der Verkehr in der Mainzer Innenstadt besser fließen könnte. Die Ampeln auf dem Abschnitt zwischen dem DB Cargo-Gebäude und dem Fischtorplatz sollten entfernt und durch Verkehrskreisel ersetzt werden. Eine weitere Idee, die komplette große Bleiche als Einbahnstraße. Der Verein kümmert sich vor allem um das Thema Verkehr in Mainz, gilt aber als besonders autofreundlich. Die meisten Vorstandsmitglieder gehören der FDP oder der CDU an, es gibt eine Nähe zur Industrie- und Handelskammer. Die beiden Vorsitzenden Thomas A. Klan und Ulrich H. Drexler indes versichern, Es gehe dem Verein darum, Verkehrskonzepte anzustoßen, die das Zusammenspiel aller Verkehrsträger vom ÖPNV über den Rad- und Fußgängerverkehr bis zum Auto umfassen. In Mainz fehle ein solches übergreifendes Konzept. Laut Drexler sei dabei wichtig, die Bürger stärker mit einzubeziehen. Dazu sollte ein runder Tischverkehr eingerichtet werden, bei dem das Verkehrsdezernat, das Wirtschaftsdezernat sowie Vertreter des Einzelhandels und der Bürgerschaft mitwirken sollten. Schauen wir uns weitere Folgen des jüngsten Unwetters im Rhein-Main-Gebiet an. Betroffen ist auch das Mainzer Tierheim. Starke Regenfälle führten zu Überschwemmungen in den Volieren, in denen Taube und behinderte Vögel leben. Ein Schwein kämpfte mit den Wassermassen und auch der Keller wurde geflutet. Kleintierpflegerin Dagmar Diehl erklärt, dass veraltete Infrastruktur und verdichteter Boden die Probleme verschärften. Die Tiere waren ängstlich und gestresst, selbst am nächsten Tag zeigten sie Traumasymptome. Um zu helfen, sind Geldspenden von großer Bedeutung. Der Tierschutzverein Mainz und Umgebung ruft zu Spenden auf, um Reparaturen durchzuführen und die Volieren zu sichern. Sachspende sind aktuell nicht erforderlich, aber eine neue Schmutzwassertauchpumpe wäre hilfreich. Die Situation im Tierheim Mainz verdeutlicht die zunehmenden Herausforderungen durch zunehmende und schwerere Unwetter. Das schwere Unwetter am Mittwochabend hatte massive Auswirkungen auf das Rhein-Main-Gebiet und insbesondere den Flughafen Frankfurt. Umgeknickte Bäume und Überschwemmungen führten zu Hunderten von Feuerwehreinsätzen. Glücklicherweise gab es zunächst keine Berichte über Verletzte. Der Flughafen Frankfurt war ebenfalls stark durch Wassermassen betroffen, aufgrund intensiver Regenfälle wurden zahlreiche Flüge gestrichen oder ankommende Maschinen umgeleitet. Die Gewitter lieferten eine außerordentlich hohe Blitzfrequenz, mit fast 26.000 Blitzen in nur einer Stunde. Im Rhein-Main-Gebiet registrierte die Feuerwehr etwa 400 Einsätze in Verbindung mit dem Gewitter. Darunter vollgelaufene Keller und sogar ein Wassereinbruch am Südbahnhof Frankfurt. Die Auswirkungen des Unwetters erstreckten sich auch über weitere Regionen in Rheinland-Pfalz, wo es zahlreiche Einsätze und Überschwemmungen gab. Beispielsweise in Teilen von Koblenz, wo die Polizei über vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und weggespülte Kanaldeckel berichtete. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de und wir machen uns per Mail an audio.vrm.de